Hundeboxen bieten Hunden ein Gefühl der Sicherheit und können auch beim Erlernen der Stubenreinheit helfen. Um erfolgreich mit der Hundebox zu trainieren, ist die Schaffung einer positiven Verknüpfung mit der Box entscheidend. Beginnen Sie das Hundebox-Training mit einem Kong, der mit den Lieblingsleckerchen Ihres Hundes befüllt ist. Zeigen Sie Ihrem Hund den befüllten Kong und lassen Sie ihn daran schnüffeln. Legen Sie den Kong dann hinten in die Hundebox. Die Tür der Box bleibt dabei offen. Während Ihr Hund in der Box auf dem Kong haut, lässt seine Nervosität nach und es wird eine positive Verbindung mit der Box hergestellt. Wiederholen Sie die Übung, bis Ihr Hund sich gerne von selbst in die Box legt.